Mittlerweile, wir holen immer so drei, vier raus und dann im Wechsel, weil alle zehn da, ja. Vorhin ist auch einer ganz da runtergelaufen, hat dann gerufen. Du Knipser. Oh Mann, da werden wir Spaß haben. Ja, die Spirit wird Spaß haben. Ja, aber nicht fressen, ne? Gib sie es wieder her. Gib sie es wieder her. Die Luftballons, das war eine Aktion. Da sind die hier rum und alle mit den Nasen immer stupst gegen die Luftballons. Bis dann immer irgendwann einer reingebissen hat und dann hat es nur als Schlag getan, aber es sind eigentlich alle recht angstfrei. Ja, das ist wirklich schön. Ich bin ganz zufrieden mit dem Wurf, echt. Komm, komm, komm. Ja, ne, komm. Und auch so schön motivierbar sind die alle. Sind auch so vom Wesen her relativ ausgeglichen, wenn halt eher ein bisschen mehr Schemack ist, ne? Ne, aber dafür sind so Hundchen auch oft lernfreudig.